Ha, da seid ihr ja wieder neugierig, was heute hinterm Kläppchen ist. Nie war warten aufs Christkind so schön. Der rotarische Weihnachtskalender aus Emstetten, der Hammer. Und Klappe, die nächste. Benedikt, was machen wir heute? Fußballspielen. Fertig, was machen wir heute? Fußballspielen. Ich dachte, wir wollten tanzen. Opa geht ins Tor. Ich auch. Moin, moin, liebe Sportsfreunde und willkommen. In dieser Spitzenspielbegegnung haben sich die Vereine nicht lumpen lassen und schicken nur ihre besten Spieler, um hier möglichst viele Tore zu schießen. Wir hören ja tanzen. Anstoß aufs Tor. Gute Reaktion. Nachschuss. Glanzparade. Noch ein Nachschuss. Unglaublich. Tor. Da ist die Bude. Spiel, das BVB gegen Werder Bremen am 17.04. Natürlich im Schürzenstadion der Rade. Dazu kommt hier noch ein Gutschein von Conny Sportshop. in Höhe von 75 Euro und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit vielen Toren und bis dahin frohe Weihnachten und bleibt gesund. Also, mitmachen und dabei sein und mit etwas Glück einen der 24 tollen Preise gewinnen. Einfach auf unser routarisches Treuhankonto überweisen und sie sind dabei. Und das Gute, 100% der Spenden kommen an. Zum einen für unser Hospiz Haus Hanna in den Städten und zum zweiten für unser Mokuru-Projekt in Afrika. Gutes tun, dabei sein, die Welt ein bisschen besser machen. Danke.